Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute haben wir einen Skispezialist bei uns, der Herr Denot. Herr Denot, auf was muss man achten beim Skieinkauf? Qualität und gute Fahreigenschaften sind das Wichtigste. Darum hat Coop ein preisgünstiges Skiprogramm mit Langlauf- und Abfahrtsski. Und zwar mit den bekanntesten Qualitätsmarken wie Fischer, Rossignol, Atomic, Kneissl und Dynamik. Und wie findet man das richtige Skimodell? Da entscheiden das Können und die Fahrweise von jedem Einzelnen. Coop bietet drei verschiedene Skitypen. Kompakt, Mead und Competition Ski. Das hier sind Mead-Type. Die Mead-Ski sind Allround-Ski. Das heisst, sie sind verschiedenste Verhältnisse angepasst und für einen guten Skifahrer geeignet. Und die mit der breiten Schuffele, das sind Kompakt-Ski? Jawohl, die sind ideal für Anfänger und Fortgeschrittene. Sie lassen sich gut drehen lassen und sind auch bei zurückhaltender Fahrweise leicht und sicher zu führen. Dieser Kneissl-Kompakt-Ski mit dieser BF-U prüften Tirolia-Bindung gibt es jetzt bei Coop besonders günstig. Und bei einer Tirolia-Bindung ist das Ein- und Aussteigen auch am Steilhang einfach. Sie sehen es da gerade im Bild. Licht einsteigen und schliessen mit dem Ski, mit dem Schuh, mit der Hand oder mit dem Stock. Sie sehen, Tirolia-Bindung ist ganz einfach zu bedienen. Dankeschön, Herr Denoth. In den grossen Coop-Center und Coop-Warenhäusern finden Sie einfach alles, was Sie noch für den Wintersport nötig haben. Und das zu fairen Preisen. Für die langen, wohligen Winterschläfe empfiehlt Ihnen Coop die modische Nachtwäsche für die ganze Familie. Die eleganten und originellen Maxi-Nachthemper aus 100% Baumwolle. Und die top-elastischen, gut sitzenden Baumwoll-Pijamas. Und für die Jüngsten, da gibt es bei Coop die praktischen Skin-Dress aus Frotte-Stretch. Sie sehen Coop-Nachtwäsche in einer Qualität und zu einem Preis, wo Sie besonders gut schlafen können. Ja, also dann jetzt schlafen Sie gut. Und auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Ich habe aber noch eine Mitteilung für alle Einwohner von Jona und Umgebung am Zürichsee. Morgen Morgen am 8.00 Uhr geht das neue Coop-Center Jona Port auf. Sie sehen, Coop sorgt immer wieder für neue, moderne Einkaufsmöglichkeiten. So und jetzt zum Abschluss kommen noch die aktuellen Coop-Aktionen. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop 500 Gramm Bohnenkaffee Jubilor statt 6,70 nur 5,80. Und 250 Gramm statt 3,60 nur 3,10. Ein Kilo Weissmehl für nur 90 Krapen. 250 Gramm Kochbutter statt 2,35 nur 2,5. Zwei Gläser Midi-Erdbeer-Gonfi an 450 Gramm statt 3,80 nur 3 Franken. Und zwei Gläser Schwarze Kriessi statt 4,20 nur 3,40. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Raussenzopf an 450 Gramm nur 2,90. Ein Liter Apfelsprudel nur 75 Krapen. Und spanische Orange voll Sonne und Vitamine. Das Kilo für nur 1 Franken. Auf Wiedersehen bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017